Dann gehen wir zur Garage, Bus verkaufen, wollen wir nicht. Bus Anpassung, das wollen wir machen. Und ich dachte, ich hätte die Menzelharte ausgemacht. I'm sorry. Wir arbeiten für mehr Skin Decay-Erstellung. Skin-Skin. Nehmen wir mal das, die Tausendförderung. Leise und sekundär. Nehmen wir mal das. Nehmen wir das einfach mal an. So was wie Upgrades gibt es nicht. Da sind nur Designer. Ja, okay. Bus. Äh, ja. Jaaaa. Haben wir das auch schon mal. Dann erstellen wir eine neue Strecke. Jawoll. Und fahren dann bei der Strecke mal nur die an, die es noch nicht anders gibt. Wir speicheln das Ganze mal. Und dann würde ich sagen. Fahren wo die neue Strecke. Fahrt starten. Zufällig machen wir einfach mal. Schnell starten. Schnell start aus. Ungewählte Strecke. Wir machen wieder eine Rundfahrt, weil es gibt ein bisschen mehr. Und starten dann einfach mal. Ich glaube 102.000 kostet ja der eine. 120.000. син geklempft. Türen öffnen. Ups, D⤴Hir. Bf. 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 Türen öffnen. Bf. 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 Da hat die pf. Wollen wir mal. Was haben wir denn alles aus? So. Oh. Was war denn noch mal das? Das war sie. Lampet 7. Fragdamse. Und dann wollen wir mal ab zum Grenus. Ups. Freut ich nicht. Äh. Ja. Wäre schon wieder ein bisschen schares, wie er nix bewegen kann hier. Na ja gut. So kann ich gestern ja nicht die Möse dafür anhalten. Ja. Interessiert. Ah. Ich verstehe. Ups. Was. Dann wollen wir mal. Bevor wir hier gar nicht mehr zum Ziel kommen. Nächster Halt. Grenus Klapp. Ehe. Wunderbar. Achtetag. Standard und 1. 380. 1. Schön, dass sie auch anhalt, wenn man blind. Mediacenter Astra. Dankeschön. Ich kann meine Schmerzen nicht finden. Ich kann meine Schmerzen nicht finden. Ich kann meine Schmerzen nicht finden. Nein, ich habe nicht eine Waffel, aber das ist gebremst, weil ich ein bisschen gewöhnt habe. Danke schön. Ich komme wieder zu spät. Wunderbar. Kann ja nicht besser laufen. Görcollisch. Vielen Dank. Zunächst mal die Station. Ein bisschen Tempo. Zunächst mal die Station. Ich bin spät dran, aber... Muss auch mal gemacht werden. Hier, bitte. Oh. Dankeschön. Ab zum Westspeicher. Ich bin mal gespannt, wie sich das ganze Spiel so entwickelt. Was Mods und so weiter betrifft. Was Maps auch betrifft. Multiplayer wird auch nochmal angecastet. Mit, äh, äh... Klar, wann wahrscheinlich? So bin ich pünktlich. Natürlich. Stark, Student, Rufgen, Pflicht. Gucken wir mal nach. Sie auch, bitte. Na, klar. Hier, bitte. Na, klar. Hier, bitte. Ah. Nie Glück. Aber... Man kann ja mal gucken. Oh, ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Genau, bring mir was mit. Nächster Halt, Ossenspeicher. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Wir sind doch mal vor, Badstrasse. Nee, Güte. Boah, wir sind mit Full-Lex. Ah, nee, wir sind auf Vor-Ber-Straße. Wir sind auf Vor-Ber-Ber-Straße. Okay. Wir sind jetzt spät dran. Ich fühle mich, als hätten wir gestern in einem alten Zügeberg durchgefeiert. Ich bin hundermüde. Ähä. Dankeschön. Immer rein in die gute Schuhe. Dark und Standard-Doken. Ach, du heilige Scheiße. Bitte. Da standen noch viele, deswegen gucken wir nochmal nach. Halt dich, aber... Ja, ich mülde ihn. Oh nein, den hast du vergessen. Und deswegen lohnt sich das. Ach, wollen wir eigentlich gerade kaum Zeit dafür haben? Nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh nein, kommt immer einen neuen Akku. Ah, ich fand die Gespräche auch cool. Gut gemacht. Fällt mir. Furchtbar, absolut günstig. Furchtbar, so bin ich. Oh, Zeug zur Aussprache. Ich brauche eine Fahrkarte. Hast du noch vergessen, was? Einzel-Senior-Doken. Bitte. Ja, wo hat er vergessen? Was? Gut. Äh... Äh... Wo? Das war so schnell wie in der Wecke, ich kann nicht wissen, was jetzt los ist. Ich sehe hier nichts. Wie oft wollen Sie bitten? Na klar. Oh, beruhig dich. Mensch, es geht doch hier um... Es geht hier um... Es geht hier um ein Geschäft. Wir brauchen ein Ticket. Wir brauchen ein Ticket. Oh, okay. Okay, hätte ich in der Herre müssen. Alles klar, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Er leuchtet bei dir. Er hat mich schon gewundert. Er hätte doch nicht gesehen gehabt. Der Rutschwege, um Seitenschwege oder besser gesagt. Okay, wunderbar. lasst mich durch, ich bin Arzt und die Rundfahrten sind halt schon länger, sinds klar, aber wir kriegen halt glaube ich doch schon für die Woche ein bisschen mehr, wenn man dann auch, oh verdammt, das Fahrrad ich mach auch Wetter mal zufällig, es ist ein bisschen Abwechslung wahrscheinlich, hoffentlich natürlich danke die Kurve muss man, muss ich doch schon ein bisschen besser, irgendwie noch ein bisschen nicht zu hastig fahren war er jetzt eigentlich? Nee Absolut gut wochendicket das standardmäßig ist und einmal richtig schön so, wir bringen hier noch so ein bisschen pünktlich, dann kommen wir nochmal auf den Blick ja, ich will die so oft sehen, wie ich sie sehen will, ja wie oft, wie oft, wie oft, wie oft, ja, Entschuldigung so oft bis, bis, bis ihr ausgestiegen seid Soll ich doch hier noch mal auf den Blick ah, das ist meine Haltestelle was? Sollte ich das rauslassen oder was? Ich werde das mal als Ja Wie war das noch gleich? War das noch gleich drauf? Guya? Wer ist denn Guya? Gutes Timing Tschüss Tschüss Nächster Halt, Mediacenter Astra Mediacenter Astra, alles klar Tschüss, alles gut durchfahren lassen So Mehr sollte nicht nach arbeiten Das war schade Den Chef aber nicht zu freuen Unmutig wird er mit dabei da Ich bin mal gespannt ob sie den So einen Editor wirklich rausbringen Für Fernsimulator Fernbus Simulator War es ja eigentlich Auch angedacht Aber soweit ich weiß Gibt es das noch nicht Nein, das war kein Ge-Ge-Ge-Geist Aha Ah ja Danke Eine Fahrkarte bitte Äh Ein Brochentuckkel cool Standard Ein Brochentuckkel cool Danke Ich guck mal einfach nach Was? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ja Chill dein Lachs, man Ich habe Ihnen meine Fahrkarte Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ja Ja Ich dachte ich hätte eine gekauft Hier 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 A muss online A muss online Nächster Halt Granit Plan Endstation Bitte alle aus Endstation Genau richtige Richtung überprüft Perfekt Perfekt Und ich hätte nie gedacht dass Hans und Christina verwandt sind Wir sind Was? Das habe ich total umgehoben Von mir ist aber auch Teil vom Hocker Ich bin schockiert Die Wiederholung von Stapel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung entdeckt Oh das ist mir auch schon aufhören Das ist mir auch schon aufhören Das ist mir auch schon aufhören Tschüss Tschüss Das ist mir auch schon aufhören Das ist mir auch schon aufhören Jaaa Doch in Ordnung 20.900 Neue Busse Letra 1.416 LE Business Und neue Farbe Ich bin nochmal gespannt Ob es irgendwann neue Busse gibt